hallo youtube weltraumgänger und dock besetzer zu einer neuen folge von avorion schön dass ihr da draußen in den tiefen weiten wieder an bord zeit und dann alle zuschauer die meine videos immer fleißig schauen an der stelle vielen dank ich hab's geschafft die uss defiant oder auch uss lady heißt ja die habe ich jetzt ein wenig zusammengeschraubt mit dem was ich noch hatte und ja kann sich sehen lassen halt im hangar angebaut sieht vielleicht jetzt noch nicht so ganz schön aus wenn man so von oben betrachtet obwohl das geht eigentlich ein bisschen eckig aber hey ja eckig ist ja modern und wir werden heute die black market festen weitermachen vielleicht werden wir auch noch die hauptquests weiterverfolgen wenn ich glück habe finde ich noch mal einen mobilen händler da muss ich mal gleich erstmal gucken hier ob es hier einen gibt ich gucke jetzt mittlerweile überall wo es einen mobilen händler gibt ja denn ich habe hier ich habe hier eine quest die ist hier und da ist sie und zwar die handelsgilde da soll ich ein artefakt von einem mobilen händler kaufen da habe ich mal nachgeguckt mobiler händler soll dann irgendwo mal auftauchen mit glück hat er das artefakt und dann kann man das kaufen ja dann operation exodus da müssen wir noch vorbei da sind ja hier die koordinaten da müssen wir noch vorbeischauen ratgeber für kapitäne lerne wie man raumjäger befehlt habe ich bei entere anstatt zu kaufen muss man noch mal gucken wie das funktioniert ja dringender notruf fliege zum sektor 4 14 151 ja dann haben wir befähigend von jägern zerstöre einen feind mit den jägern das machen wir dann stationsgründung das kriegen wir auch noch und dann gibt es noch weitere notrufe wir sind aber erstmal black market dass wir mit black market erstmal weitermachen denn das ist ja quasi das neue addon und ich freue mich schon auf die neue version dann 2.0 da wird es ja viele viele neuerungen geben so kleines feines schiff wir starten aus dem dock raus ich muss mal hier so ein bisschen raus gelb informationstafel sagt wir dürfen fliegen ja also ich bin schon ein bisschen hin und her geflogen habe auch schon einige sachen wieder abgebaut aber ein bisschen gold gemacht rekonstruktionskarten geholt und so weiter und so fort und ich muss sagen dieses schiff ist einfach genial also von von der geschwindigkeit her von der manövrierfähigkeit her und ich denke mal vom bauen oder beziehungsweise anbauen von waffen dann auch wenn man welche genauer hat so wir müssen wo müssen wir eigentlich hin ja wir müssen natürlich was ist das demonstration von stärke das heißt wir müssen erst mal uns in einen sektor bewegen das tun wir dann auch also muss man muss überlegen ich habe das jetzt auch natürlich geupgradet auf naunit trinium hatte noch nicht so viel aber wir kommen schon auf 2400 meter pro sekunde mission aktualisiert demonstration von stärke okay den müssen erstmal anvisieren handelsposten okay erfolg berichten warst du erfolgreich ich habe die exotan besiegt dankeschön die kavaliere hätten das tun sollen als sie unseren ersten notruf empfangen haben haltet ihr euch jetzt an den vertrag naja während du weg warst haben uns piraten angegriffen und rate mal wer unsere nutruf ignoriert hat das ist doch lächerlich wenn du dich nicht um die piraten kümmerst arbeiten wir aktiv mit den anderen syndikaten gegen euch kavaliere wo sind sie unsere scanner zeigen sie noch in sektor 35387 ich werde sie finden okay also mission aktualisiert demonstration von stärke wir sollen jetzt in den hofer ja wo ist denn das jetzt das ist hier war ja da müssen wir hin also wieder zurück das heißt wieder hier zum tor fliegen sprung perfekt demonstration von stärke es sind vier schiffe aber die wenn du gleich wieder verschwindest dann lassen wir dich gehen warum so großzügig wir bereiten einen überfall auf eine station vor und das wird mehr beute bringen als ein popliges schiff mein schiff ist nicht poplig tja pech du hast eine möglichkeit abzuhauen und nicht genutzt mal schauen wie viel beute wie aus deinem schiff holen können ihr habt keine chance aber ich denke schon sagt da angriff so angriff dann schalten wir mal die kanonen zu naja die machen das da schon alleine irgendwie sind das für welche hier zotan waff posten na gut dann dann plündern wir doch einfach mal die schiffe da kommen sie die neuen oder neben geschossen da sieht man halt eben also diese 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 dicken fetten kanonen die sind schon echt böse wenn die alle treffen das war quasi einfach mal rein gehämmert was fliegt da denn noch das ist noch ein stück vom schiff wo er zehn kilometer also ein bisschen klein aber sehen ob wir den treffen ah nicht getroffen wo war ja und das auf dem schwierigkeitsgrad experte den habe ich aber auch eine gegeben der will abhauen okay energie schild das schöne an den ganzen sachen an der uss lady oder die feind das wirklich ein sehr schnelles und wendiges schiff man kann also wirklich auch schön hier die sachen einsammeln ja hat sich auf jeden fall gut geschlagen müssen wir hier noch einsammeln da sind noch ein paar sachen wir brauchen natürlich geld metallschrott und natürlich auch die anderen sachen bauen wir jetzt aber natürlich nicht ab da haben wir nicht die zeit für denn wir müssen ja weitermachen wir sind ja hier nicht zum schrott abbauen ach und ich hätte natürlich jetzt auch die jäger rausholen können ganz vergessen naja so hier oben hat sich schon einiges verübrigt so hallo knappe ich habe gehört dass du erfolgreich warst triff mich im sektor 3374 lang lebe der imperator general adriana stahl so demonstration von stärke könnte mal vielleicht noch abbauen ich weiß gar nicht wann ist der ja genau also wir haben auch sogar noch ein paar schrott laser zum abbauen so ganz liegen lassen kann man es ja nicht gott sei dank hatte ich noch ein paar nanoid laser damit konnte ich dann erstmal ein paar sachen abbauen ok so das reicht auch dass sogar noch ein blaues au schaut mal vielleicht können wir das so mitnehmen was ist es denn was ist das für ein modul ein doppel laser geschützt ist aber nicht schlecht ich habe auch festgestellt wenn man die sachen einloggt dann sind die auch leichter zu treffen so gut das reicht wir müssen weiter wo wir da jetzt wieder jetzt müssen wir wieder da runter oder ach nee gut das heißt wir müssen jetzt erstmal wieder hierhin springen sprungroute noch nicht berechnet jetzt aber adriana stahl hallo knappe gut gemacht dankeschön die station hat ihren vertrag mit uns erneuert sie werden nicht mehr mit der familie oder mit der commune handeln gut du bist sehr zuverlässig hätte gerne jemanden von deinem kaliber in meiner truppe sehr gerne gut ich melde mich bei dir wenn ich einen auftrag für dich habe okay nimm erstmal diese belohnung und es gibt beziehung zu die kavaliere 20.000 ruf und es gibt natürlich 100.000 sehr schön aber wir können natürlich nicht mit den anderen mehr handeln oder was anderes machen aber nicht so wild aber nicht so wild gut die melden sich hier oben haben wir dann das sind schiffe der xotan hier müssen wir mal schauen was ist hier 3 3 52 144 da müssten wir mal hin gut gibt es hier noch einen notruf eigentlich keinen mehr doch hier oben gibt es eine ganze menge so ah okay du hast neue e-mails gleitschutz oha hallo knappe die familie wird uns immer mehr ein dorn im auge sie haben begonnen wahllos unsere schiffe zu zerstören sie wissen genau dass in dieser galaxie kein platz mehr für sie sein wird sobald unser imperator sie beherrscht jetzt greifen sie sogar unsere unbewaffneten transportschiffe an einer unserer konvois die nur friedlich waffen transportieren wollten wird gerade von einigen schiffen verfolgt bitte schieße bitte schließe nicht schieße zu ihm auf und beschütze ihn er sollte sich gerade in sektor 247 befinden lang lebe der imperator dann haben wir waffenverstecke guten tag genosse ich hoffe die nachricht erreicht dich meine wächter beobachten mich die ganze zeit aber meine kartenspiele lockern die stimmung auf beim spielen haben sie mir erzählt dass die kavaliere aufrüsten ich denke dass es besser für die galaxie wäre wenn die kommune ein paar dieser waffen in die finger bekommen würde bitte rede mit meinem freund ator er ist ziemlich spielsüchtig aber auch er erfährt vom spieltisch einige geheimnisse der syndikate es ist meistens der sumpf das wandernde casino in sektor 228,54 zu finden ich versuche ihn auch zu erreichen er wird dir sagen was du machen musst okay das heißt sozusagen ich habe hier doch nochmal die möglichkeit mit der kommune zu arbeiten oder mit den kavaliere oder das ist bestimmt hier die familie genau wir haben einen nutruf von einem unserer partner erhalten er wurde immer häufiger von der kommune belästigt und in letzter zeit sind sie immer aufdringlicher geworden sein schiff wurde das letzte mal in sektor 3,37,84 gesehen finde ihn und hilf ihm wir erwarten dass er sicher zu uns zurückkehrt enttäusche uns nicht john moretti okay das ist ja so die mafia hier das heißt also wir haben doch nochmal die möglichkeit das heißt wir haben drei neue questen bekommen von black market und die sind hier alle oben oder wie notruf 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 ne okay oh das ist hier hinten irgendwo gleitschutz waffentransporte okay und hier oben ist dringender notruf okay aha hier ist einer Rettung des partners oder eines partners gut ich würde sagen wir machen eins wir fliegen erstmal zur rettung eines partners ist ja doch ein kleines stück dahin okay Mission aktualisiert Rettung eines partners da müssen wir hin Habitat Habitat okay gucken wir uns mal das Habitat an okay das Habitat ja Fragezeichen nach Partnerfragen wer will das wissen ich will ihn doch nur beschützen du bist von der Familie ja bin ich okay der Kerl ist ziemlich schnell hier abgehauen hat nicht einmal sein Zimmer leer geräumt weißt du wie teuer so ein Zimmer hier ist naja wir haben es dann gestern leer geräumt das meiste davon war eh Schrott aber er hat mir diesen Datenschip gegeben und gesagt ich soll ihn der Familie zukommen lassen den kann ich dir geben oder ja wo ist der hin keine Ahnung ich hab nur den Chip hast du ihn dir angeschaut nein ich schau mir doch keine Sachen an die der Familie gehören das geht normalerweise nicht gut aus genau danke für deine Hilfe warte was soll ich mit dem Zeug aus seinem Zimmer machen ist mir egal schmeiß es weg oder lass es verschwinden schmeiß es weg ist mir egal so Datenschip okay ich hab ein Datenschip den müssen wir jetzt natürlich wegbringen weiß nur noch nicht wohin damit und wir müssen uns noch auf die weite Reise machen um den Gleitschutz hier und die Waffentransporte zu stoppen das heißt wie kommen wir denn am schnellsten dahin das heißt wir müssen jetzt wow das ist weit gut ich würde sagen wir sehen uns wenn wir dann vor Ort sind beim Gleitschutz ja 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 auf dem Weg zum nächsten Quest ist mir doch dieses Wrack untergekommen oder beziehungsweise dieses ganze Wrackfeld hier also hier sind ganz ganz viele Trümmerfelder oder ein ganzes großes Trümmerfeld und das ganze ist hier ach das ist ein Schrottplatz okay auf jeden Fall habe ich dann mal hier so ein Schiff angeklickt und ähm da kann man nach Informationen suchen da steht nur alte Aufnahme von galaktischen Schönheitswettbewerb ausgabe 79 hallo und herzlich willkommen zu unserem Schönheitswettbewerb in dem wir das schönste Schiff des Jahrzehnts küren die besten Schiffsbauer und Designer der ganzen Galaxie haben in den vergangenen Jahren ihr Bestes gegeben um das schönste Schiff der Galaxie zu erschaffen okay es zählt jedoch nicht nur Schönheit alleine sondern auch das Können des Schiffs wir bewerten es in den Kategorien Design, Features sowie Schnelligkeit und Wendigkeit der Sieger und die Siegerin bekommt neben einem Pokal und einem Lachs Siegel für sein Schiff auch noch eine Prämie von 5,5 Millionen Credits Möge das schönste Schiff siegen okay also das findet man hier in den Wracks ah wir dürfen jetzt natürlich hier im Schrottplatz nichts abbauen mal gucken wieso ich hier nach Informationen suchen kann aber ich glaube es könnte auch eine Quest sein ne hier geht es nicht ne da auch nicht okay also das ging nur bei einem Schiff warum auch immer das mit dem Schönheitswettbewerb so ist aber so ist es halt gut wir müssen Gleitschutz wir fliegen zum Gleitschutz denke mal da wird es dann auch zum Kampf kommen wo ist denn jetzt hin nach unten müssen wir dahin okay und sprung okay Händler der Kavaliere du bist zu spät wo ist der Waffentransport wir wurden von einer Familie überfallen sie haben jedes einzelne unserer Schiffe gestürmt was ich konnte mich und meine Crew nur retten weil wir aus dem Sektor gesprungen sind wir sind gerade erst reingekommen und es waren nun auf Racks da sie haben alle an Bord getötet und die Ladung mitgenommen und wer weiß was diese Schweine mit den Waffen machen wir müssen die Waffen zurückholen du hast völlig recht unser Schiff ist aber schwer beschädigt wir wehren dir keine große Hilfe aber sie können auch nicht weit gekommen sein wir waren zwar nicht schwer bewaffnet aber wir sind immer noch Kavaliere und wir haben einen trotzdem einiges an Schaden zugefügt oder gemacht wir haben auch schon versucht sie mit unseren Scannern zu finden und wir sehen noch mindestens ein Schiff im Sektor 2.2967 ich werde sie finden und ich werde euch rächen der Leitschutz da springen wir jetzt auch hin und machen den ganzen da ein Garaus also die Familie ist auch nicht so toll töten da alle also können wir schon mal knicken also die Familie auf jeden Fall nicht anschließen man muss glaube ich das Gleichgewicht halten so ja rufen was willst du ich suche etwas sehen wir so aus als ob wir ob uns das interessiert ich suche die gestohlenen Waffen von den Kavalieren diese Hunde haben es geschafft uns zu finden arbeitest du für die Kavaliere wenn ja dann sag ihnen dass sie ihre Waffen nie wieder sehen werden das sind jetzt unsere ich werde die Waffen schon finden ach wirst du das und wie möchtest du das anstellen wenn ich fragen darf du wirst es mir verraten du bist aber witzig aber langsam reicht es mir mit dir ich gebe dir 30 Sekunden um den Sektor zu verlassen oder ich blase dein Schiff weg mit dem Toaster den du da fliegst jetzt reicht's du bist so gut wie tot ja gut Waffen einschalten Jäger rausholen und Angriff ah meine Jäger fliegen schon mal sehen was die da schießen oh da ist eine Triebwerksdüse leider kaputt zweite kaputt ah daneben wer kann sie nicht mehr bewegen was fliegt denn da eigentlich rum das sieht ja merkwürdig aus ein Pilot noch ein Pilot ok das sind glaube ich meine Piloten sind glaube ich abhanden gekommen Partner der Familie ok ok ich hab's verstanden reicht's dir jetzt ja hör einfach auf zu schießen sagst du mir jetzt was ich wissen will was willst du denn wissen was ist mit den Waffen passiert ich bin mir nicht sicher was mit den anderen da ich bin mir nicht sicher was die anderen damit gemacht haben aber normalerweise verkaufen wir unsere Beute an Schmugglermarkt in Sektor 237 das hättest du auch früher sagen sollen ok ja jetzt weiß ich nicht ob ich die jetzt noch töten sollte die schießen ja noch auf mich wenn ich die jetzt töte ist glaube ich nicht gut alle drei Jäger sind am Eimer na das war ja mein Erfolg mit meinen Jägern wollte eigentlich die Quest noch zu Ende machen so gut ach unverbundbar ist es ah ok 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 gut also wir müssen jetzt dahin einen neuen Schwarzmarkt wahrscheinlich entdecken wäre natürlich super so au das sieht danach aus Schmuggler willkommen an unserem kleinen Markt was können wir heute für euch tun ich suche nach Waffen oh wir haben viele Waffen was für Waffen suchst du denn gestohlene Waffen von den Kavalieren hm warte gehörst du zu den Kavalieren wenn ja dann wollen wir nichts mit dir zu tun haben verschwinde einfach ich bin bereit euch bereit für Infos euch zu zahlen ah jemand mit Geschäftssinn du willst Informationen über die Waffen die von den Kavalieren gestohlen wurden wie viel willst du denn oder brauchst du hm was sagst du zu 50.000 klingt das angemessen ok ich zahle wunderbar wenn die Familie einen Haufen wertvolle Sachen stiehlt verkaufen sie mir normalerweise nicht sofort sie lassen erstmal etwas Gras über die Sache wachsen wie hilft mir das weiter entspann dich natürlich fliegen sie auch nicht mit dem Zeug an Bord ihrer Schiffe rum sie haben Verstecke überall in der Galaxie wo sie gestohlenes Zeug aufbewahren bevor sie es verticken versuche es mal in Sektor 256 vielleicht wirst du da fündig danke ihr habt ja das Geld muss ja nicht immer gleich rumballern na man muss das ja auch friedlich bei den Schmugglern angehen so und hier soll irgendwo ah wir müssen also da weiter die können uns vielleicht nochmal behilflich sein die Schmuggler ja man weiß es ja nicht ok Partner der Familie wie habt ihr uns gefunden? das geht euch nichts an es war wahrscheinlich Mario der Dummkopf ich hole mir jetzt die Waffen zurück ha das glaubst nur du hoffentlich habt ihr genug Rettungskapseln Angriff doch ein paar mehr was sind da unten ui ist da einer mit einer Tarnvorrichtung oder was? ah der hat ein Schild ok der ist verträgt ein bisschen mehr ah der hat schöne 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 Waffen das hört man schon ah der hat schöne 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 Waffen oh das war ein Treffer in den Rücken damit haben wir ihn das scheint ein Trinium Schiff zu sein mal sehen ah die haben alle Schilde hier ah ok auch erledigt nächster erledigt na da wird einiges jetzt hier äh die schießen die auf sich gegenseitig? ja die schießen auf sich die schießen gegenseitig auf sich oh wir müssen mal kurz weg mein Schild lässt ganz schön zu wünschen übrig ok Schild ist aus nehmen wir mal Stoff erstmal das Schild wieder aufladen lassen das ist natürlich das schöne an unserem Schiff wir können nämlich ziemlich gut flüchten ui das hätte jetzt böse enden können also eine ganze Menge da kommt ein Torpedo übrigens haben die die ganze Flotte zusammen gezogen so wie es aussieht was sind das da oben? bin mal gespannt wie lange das dauert bis das Schild wieder aktiv wird oh das hat uns aber jetzt Schild ist wieder da ok leicht beschädigt sind wir oi wir müssen mal hier kurz mal ein Stück weg ja sind ja doch ein paar mehr ne aber merkt schon ein Experte ist auf jeden Fall ein bisschen mehr können gefragt ja Schild braucht eine Weile ja die hauen sich da gegenseitig auf die Nuss wir werden auf jeden Fall das Schild aufladen und ich sehe wir sind auch am Ende der Folge angekommen bleibt dran es wird spannend denn ihr wollt ja bestimmt wissen wie die Schlacht hier ausgeht ja Quest Gleitschutz wir sehen uns wir sehen uns